Hallo und willkommen in diesem Video. Ich bin Johannes Lutz von 3D-Industrie und wir helfen Maschinenbauern und Industriebetrieben dabei, mit einem eigenen 3D-Drucker hochwertige Funktionsbauteile zu drucken und dabei sehr viel Geld und sehr viel Zeit einzusparen und zusätzlich stärken sie ihre Innovationskraft im Unternehmen. Und ich möchte Sie in unserem 3D-Druck-Podcast auf eine ganz interessante Interview-Folge hinweisen und zwar mit Professor Dr. Matthias Haag und ich habe mit ihm gesprochen über das Thema 3D-Druck. Ich habe ihm zehn Fragen gestellt, die er mir beantwortet und diese zehn Fragen können sehr wertvoll für Sie sein, um mal einen komplett anderen Blick auf das Thema 3D-Druck zu bekommen, vor allem von jemandem, der das schon eine ganze Zeit lang macht, der dort ein unglaubliches Wissen hat und der verdammt gute Geschichten erzählen kann, was er in den letzten Jahren so erlebt hat. Also wenn Sie die Geschichten hören wollen, wenn Sie wissen wollen, wie wir in diesem Podcast lachen, dann sollten Sie sich die Podcast-Folge unbedingt anhören. Sie finden irgendwo um dieses Video herum einen Link, dort klicken Sie drauf und dann müssen Sie nur noch auf Play drücken, so einfach ist es heute und dann können Sie sich die Podcast-Folge anhören. Ganz klare Empfehlung von mir, einer unserer besten Podcast-Folgen. Einzigste, was Sie jetzt noch tun müssen, ist von der Videospur hier auf LinkedIn in den Podcast zu wechseln. Ich freue mich, wenn wir uns dann hier hören. Bis dann.